Jetzt findet jeder das Richtige. Im Mittelmeer erleben Sie die Kraft einer neuen Dimension. Eine Kraft, die eine Vielzahl an Erlebnissen, Menschen und Abenteuern vereint. Alles. An einem einzigen Ort. Ein Ort, an dem die spannendsten Erlebnisse auf Sie warten und die erholsamsten. Wo sich in prächtigsten Räumen die lauschigsten Fleckchen verbergen. Wo das Klassische auf die unglaublichsten Innovationen trifft. Eine Welt, in der alles möglich ist. Wir stellen vor, die Harmony of the Seas. Das neueste Schiff der Oasis-Klasse von Royal Caribbean kreutzt 2016 im Mittelmeer.